herzlich willkommen zur vierten folge von tastyblue in der letzten folge hatten wir ein neues level gemacht und zwar haben wir den kompletten goldfisch durchgespielt und über 100 meter groß schaut euch die letzte folge unbedingt an und jetzt haben wir eine story bekommen dass wir jetzt einfach mal das nächste level machen los geht's aha eine weitere story ok also er sollte durch diesen reifen springen hat aber versucht konnte es nicht hinkriegen becken die muss ein monster ach die sehen jetzt wieder das alles verschlingt hat dann gönnen sich hier im boot und er denkt sich so will auch so groß werden dann hatte denn die idee aha ich muss jetzt auch durch den feuerreifen springen oder tatsächlich ach jackpot weil ich den ganzen ball durchgejagt habe das war ja die ganze zeit nur jackpot komm ich muss den jackpot irgendwie knacken jawohl also wenn ich wirklich so ein dolphin wäre ich glaube ich würde niemals hinkriegen komm noch mal einmal noch ich hab einfach mal das ganze ding hier und jetzt fresse ich meinen eigenen korb auf gut dann bin ich ach du heilige die ganzen rom sind jetzt ja schwimmer gibt es ja auch dann und schon bin ich im meer alles klar ja dann haue ich mir jetzt mal richtig rein die pläken hier aber auch alle riechen rum ok geben wir auch die autos und die haie könnte drei sterne werden bin mir aber nicht sicher okay ein stern war machen wir direkt weiter mit dem nächsten was ist das denn scheinen so ein qualm okay wir können äh bis jetzt jetzt können wir auch schon die memos dori und nemo kennt ihr mal den film ich hab ihn aber lange noch mal angeguckt das gucken noch manche große youtuber die schon mehr als ich bin ja noch ich bin ja noch nicht so lange auf die ich ess mal hier alles auf und verschieben immer alle fische ja dann oh ganze segras runter das nächste korallenfeld ey der was boah krass schwemme ritter nadel alles klar drei sterne ok dann gehen wir direkt weiter ins nächste level dafür braucht man ach das ist so ein level ok gold schnell durch hier oben ist auch gold ich kann mal den toten kopf essen ich will einmal drei sterne kriegen ja ich würde sagen easy ja drei sterne yeah nein die ballern mich hier die ganze zeit nur mit dieser äh werbung zu dass ich mir apps installieren möchte aber nein das ist wahrscheinlich so ähnlich ok hier dürfen wir anscheinend nicht runterfallen aber hier müssen wir auch ein bisschen was essen ein bisschen ein bisschen ein bisschen doris und jetzt können wir hier einfach schon alles fressen heute schaffen wir echt viel in der folge wir haben vier minuten und haben schon richtig viele level gespült ich bin auch schon im fahr von den dingern essen ja das fühle ich nicht das level jetzt schon wieder durch gespült das ist echt krass nein das sieht mir da noch nicht so aus aber ne doch nicht ich bin so riesig ok ja damit haben wir auch wieder ein neues level mit geschafft mit drei sterben heute geht es richtig gut hä ach wir müssen nur nach kokosnüsse snacken ok dann muss ich mich ja beeilen ich hab richtig drei sterben glück heute muss schnell auf ne langsam und auf die andere insel ja äh muss man auf zeit hinkriegen aber man in so einer in so einem ich glaub unter einer minute kriegt man das hin ich glaube ja ok das wird das wird glaube ich keine drei sterne das ist aber auch schwer hier drei sterne hin zu kriegen hui 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 so ähm ich hoffe ich krieg überhaupt noch irgendeinen stern hin ja sieht gut aus sieht mir noch nach einem Stern ja ja sieht mir noch nach einem Stern aus ja ich hab noch einen Stern glaube ich ja 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 durch jawoll drei sterne ok die 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 schwimmreifen zum essen ok ich frag lieber mal nicht sondern konzentriere mich hier aufs zocken bis ich die schwimmreifen essen kann kann ich die jetzt schon so dann ich werde in der folge schaffen wir richtig viel kann man die 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 Schwimmreifen, jetzt können wir auch schon die Bewohner essen. Tut mir leid, aber ich brauche halt was zum Essen. Wie soll ich die denn essen hier? Ich will nicht erst mal die Tauber weg. Dann mach ich schon. Meinst du? Nee. Sie liegt wirklich schwer hier. Können wir uns da oben nochmal einen kleinen Snack holen, aber gleich steigen wir nochmal. Wir müssen ja eigentlich nochmal steigen. Ja, wir sind hier eigentlich ganz gut heute in der Folge, aber wie kommen, wann werden wir denn mal hier größer? Aber wir müssen ja auch mal wachsen. Äh, ja okay, der gibt uns zwar Schwimmreifen, aber wir müssen jetzt hier auch mal ohne wachsen. Jetzt hier kann man alles aufessen. Und hier unten schliegende Autos. sehr schön, die kann ich alle auch aufessen. Okay, hier haben wir noch. Okay, hier haben wir noch. Oh, level geschafft. Oh, level geschafft. Ja. 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 Das ist gar nicht mal so leicht. Ich esse hier ja super wenig. Ich esse hier ja super wenig. Okay. Ja, okay. Gut, Gott sei Dank kann ich die noch essen. Aber eigentlich habe ich mir hier schon den Kopf gemacht, dass ich die gar nicht essen kann. Okay, der Hilly Schrotte hat mich getrocknet. Und wie lange muss ich jetzt hier mal essen? Dauert ja hier noch ein paar Jahre, oder? Bis ich hier fertig bin. Vier Meter sind wir gleich groß. Was, jetzt? Nein. Okay. Hm. Krittgrönt ein bisschen wenig, aber ist ja auch nicht schlimm. Der Delfin. Und können wir denn diesen dummen Hubschrauber essen? Jetzt. Jawoll. Ein Stern nur. Dann würde ich sagen, Leute, das war es erstmal mit dem Video. Also, wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns, glaube ich, heute nur noch einmal wieder. Bye.